Servus Salve Unterloh. Diesen kleinen Clip, den ich jetzt hier mache, die erste Minute, den werde ich jedem Film voranstellen, weil ich weiß, dass manche Leute schauen sich nicht Adidas an, sondern kommen erst ab E.ON hinzu und ich will, dass jeder das Gleiche hört dessen, was ich jetzt hier gleich machen werde, dass ihr meine Grundregeln da versteht. Also nicht, dass ihr euch wundert, den werde ich jedes Mal davor packen, weil ich keine Lust habe, den jedes Mal neu zu machen. Hier geht es um die Analysen von Einzelwerten. Es geht hier um kurz-, mittel- und langfristig. Das heißt, ich gehe über den Monat, in die Woche, in den Tag, aber nicht tiefer. Ich nenne euch Marken, die ich für wichtig halte und ich nenne auch K.O.-Zertifikate dazu. Angenommene Aktie kommt jetzt erst in drei oder vier Wochen an einen von diesen oragischen Punkten, von diesen Make-or-Break-Lines. Da müsst ihr unbedingt die Basis der K.O.-Scheine überprüfen, weil die sich bis dahin verändert hat. Ansonsten, weil ich immer wieder gefragt werde, was sind das für Chart-Systeme und so weiter. Unter dem YouTube-Film habe ich einen Link immer noch zu den Trading Brothers bis Ende Januar, einen zu TraderFox und einen zu Scalable. Wenn da einer draufklickt, das sind Affiliate-Links, da bekomme ich auch einen Schnitzel dafür, nur dass ihr das wisst. Aber bevor ich diese Frage fünfmal beantworten würde, ist der TraderFox hier und mein Konto ist bei Scalable, also eins der Konto ist bei Scalable. Nur, dass ihr das wisst. So, damit fange ich jetzt an und wünsche euch viel Spaß dabei. So, der nächste Clip. Hier geht es jetzt um die BASF. Das ist der Monatschart. Die BASF, da hat mich erstaunt, dass da nur relativ wenig K.O.-Scheine draufgibt. Nur 3.500. Normalerweise bei so einem DAX-Wert sind wir so um die 5.000. Da war ich erstmal überrascht. Gucken wir erstmal wieder die Zahlen. So, wie ich das gern mache. Zahlen im Sinne von Daten. Am 23.02. Jahresabschluss 23 und schon am 25.04. die Hauptversammlung. Die haben das letzte Mal 3,40 Euro Dividende gezahlt. Ich meine, dass neulich zwischen den Zahlen gelesen so haben, dass sie das nicht ändern wollen. Das wäre viel. Da sind wir irgendwo bei 7%. Das ist eine Menge. Also das ist schon erstaunlich, wenn das wirklich so stimmt. Also das sind die beiden Zahlen hier. 25.04. Hauptversammlung. Dann von den Analysten her. Die letzten, die ich gefunden habe. Bernstein, lässt sie mal mehr oder weniger auf 45. Die UBS erhöht auf 55. Ich finde, das ist der Monatschart hier. Die sehen eigentlich ziemlich cool aus. Warte mal, ich mache es mal größer. Die sehen gut aus. Idealerweise wäre ein relativ schnelles Überbieten von diesem letzten Zwischenhoch. Das wäre schön. Das ist bei 54.00. Und das verbindet sich da mit diesem Monatsdown-Trend. Hier nie so genau schauen, ob der jetzt bei Komma sowieso oder Komma so und so wie ist. Das ist, wie gesagt, das ist der Monatschart. Aber mit Blick hier auf die Technik. Trendfolger wird positiv. Stochastik wird positiv. Das letzte Low dieses hier war nicht ansatzweise in der Nähe von diesem Doppelboden hier. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Storys in dem Sinne habe ich jetzt nicht gefunden bei BASF. Aber ich muss eins sagen. Die Energiekosten. Das ist so eine Geschichte. Mal gucken, wenn die BASF ihre Nebenkostenabrechnung bekommt. Die verbrauchen wahnsinnig viel Energie. Und Energie ist teuer geworden. Und da sehe ich das einzige Problem. Aber hier von der Technik her, auf diese beiden Pfeile komme ich gleich, sieht es gut aus. Diese eine Kerze hat 1, 2, 3, 4, 5 Stück vernascht, 6 sogar, 7. Das gefällt mir. Da kommt Momentum rein in den Wert. Und dann vor dem Hintergrund von diesem doch sehr steil steigenden Oszillator. Das ist gut. Gucken wir mal auf die Woche. Die dürfte deutlich höher stehen. Voila. Ja. Jetzt kann ich den ersten Punkt hier schon mal nehmen, diese erste Linie. Das ist dieses Doppeltop, was wir haben seit dem 24.7. bei 49,58. Das wird hier hinten nochmal so ein bisschen bestätigt werden. Wir hatten hier so ein Inverted Umbrella Doji. Da gingen sie deutlicher runter. Also das ist auf jeden Fall schon ein ziemlich prägnanter Widerstand. Unterstützung 1 ist das Zwischentief vom 27.11., 2, das Zwischentief vom 40, 25, vom 23.10. Das sind so die beiden wichtigeren Chartmarken momentan. Von der Technik her nach wie vor positiver Trendfolger. Und wenn gleich überkauft, aber immer noch eine positive Technik über den Oszillator. Also habe ich echt nichts dran zu meckern. Jetzt gucken wir mal auf den Chart im Tag. So. Hier ist eben, ihr merkt schon, meine Stimme geht langsam so ein bisschen weg. Ja, ich einmal öffentliche Gefahren und schon habe ich mir wieder die Kretze geholt. Leicht nervig. Ich mache jetzt die BASF, ich werde auch später die Bayer machen. Aber ich weiß nicht, ob das in einer Stunde ist oder in fünf Stunden, kann ich nicht sagen. Nur, dass ihr das wisst, das sind nicht immer die aktuellsten Kurse. Der ist jetzt vom Dienstag 15.52 Uhr. Hier ist dieses Doppeltop. Ja, da sind wir also hier. Das war das Hoch vom 28.07. bei 49,78. Die haben eine ordentliche Strecke hinter sich. Ja, gefällt mir wirklich gut. Wenn ihr das nachher mal mit dem Bayer-Chart vergleicht, deutlich besser. Die Anlinen, also die badischen Anlinen und Solar-Fabriken sind der stabilere Wert. So, überhaupt zwischen den beiden. Und das in den letzten 36 Jahren war das nicht immer der Fall. Meistens waren die Bayer hoch. Aber die Bayer haben hausgemachte Probleme. Da kommen wir beim Bayer-Chart nochmal drauf. Das ist also auf jeden Fall ein Widerstand und hier ist die erste sinnvolle Unterstützung. Wenn ich das jetzt hier so sehe, dass wir zwar hier weiter hoch sind, aber so ganz langsam mal so ein bisschen Ermüdungserscheinungen zeigen. Ich sage es mal so, auch über den Oszillator gehe ich davon aus, dass grundsätzlich mit Sicht auf so sechs Monate bis in der DRV der Wert gut liegen wird. Gut, stabil, sinnvoll liegen wird. Kurzfristig auf die nächsten zwei bis vier Wochen, mal von Jahresendkosmetik abgesehen, kann ich mir vorstellen, dass sie nochmal hier auf diesem Bereich von 45,48 gehen. Für mich ist dieser Wert kein Short. Also eher, wenn sie hier runtergehen, dann warte ich lieber und kaufe sie, als dass ich mir jetzt den Putt kaufe und gehe jetzt hier Short. Das mache ich nicht. Und ich habe folgende Scheine. Das eine ist ein 37er. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich das am besten hinkriege. 37. So, 37. Da liegen wir unter dem Tief am 3.10. letzten Jahres. 37,01. Er hat einen ganz kleinen Hebel. Wer es ein bisschen heiser mag, der geht auf den hier fast ein 40er. 39,82. Da sind wir unter dem Oktober-Tief. Gefällt mir auch gut. Gefallen mir beide gut. Der eine ist halt mit weniger Hebel, der andere mit ein bisschen mehr. Ich habe einen Putt genannt. Und zwar liegt der hinter diesem Hoch hier, was wir hatten, anfangs 2023 mit der Basis 55,50. Das kann man benutzen als Absicherung. Nochmal, ich finde, was Monatstechnik so angeht, hat die auf Sicht von sechs Monaten mehr Potenzial als Risiko. Das Risiko, das Maximale, achte ich hier so bei um die 42 rum. Aber ich glaube, dass der Bereich um die 45 halten sollte. Mir gefällt die ganz gut. Muss ich euch sagen. Ich handel die viel zu selten. Das ist halt keine KI-Aktie. Das ist keine Nvidia. Ja, die gehen halt langsamer. Aber diese Bewegung alleine schon von 42,5 hoch zu 49, verkehrt ist das nicht. Also ich mag die eigentlich ganz gerne. Muss ich ehrlich sagen. So, und jetzt kommen wir zu den allseits beliebten Bayer. Das ist nicht einfach. Wenn ich, das ist der Monatschart, mir das anschaue, ist die Technik natürlich auf sehr tiefem Niveau und dreht jetzt hier so ganz langsam hoch. Ohne, das muss ich ganz klar sagen, ohne ein Kaufsignal zu geben. Weder im Oszillator, noch über den Trennfolger, noch irgendwo hier. Wir sind außerhalb des Monatsbandes. Nicht schön. Was man hier auf den ersten Blick sieht, ist diese schwarze Linie hier. Das ist um die 40. Das ist ein fetter, fetter Widerstand. Und ansonsten handeln die Bayer auf einem, wann ist denn, wo sind wir denn hier? Das muss ich gerade mal schauen. Das ist, das ist der Kurs von 2000, das kann ich sagen, 2006. Ja, also hier, auf diesem Niveau handeln wir. Gut, jeder kennt die Story. Heute haben sie wieder irgendwo einen Fall verloren, 875 Millionen Euro. Nochmal, also auf diese Glyphosat-Geschichte gebe ich nicht mehr viel. Das ist A, zum einen bald fertig, dann gibt es überall wieder einen Widerspruch. Das Ärgerliche ist einfach nur, das dauert und dauert und dauert und dauert. Aber die haben genügend Rückstellung gemacht. Was mich irritiert in der Aktie ist, dass hier momentan verschiedene Gerüchte rumgehen. Das eine ist, und zwar bezieht sich das auf Crop Science und den Human Health Faktor. Der eine sagt, das ist, ich glaube Anderson heißt der Chef, der will es behalten, so wie es ist. Das ist eins. Die zweite Geschichte sagt, er will es verkaufen. Crop Science und Human Health, das verkaufen. Oder ein Spin-Off. Ein Spin-Off ist sowas, was Siemens gemacht hat mit Health and Ears oder Siemens Energy. Das heißt, die behalten dann noch, was weiß ich, 25, 26 Prozent und geben den Rest frei. Das sind die drei Geschichten. Ich kann mich daran erinnern, dass Ende der 90er Jahre die Höchst AG genau das Gleiche gemacht hat. Sie haben ein Spin-Off nach dem anderen gemacht. Das hat der Aktie kurzfristig gut getan, weil es kam frisches Geld rein, aber auf einmal war das mehr oder weniger nur noch ein Mantel, sagen wir es mal so, und dann wurden sie von Sanofi übernommen. Und damit wurde das Werk von hier Meister Lucius und Brüning, das dann überging in die Höchster Farben AG, nach 100 Jahren gab es die nicht mehr. Sehr schade. Das ist sehr, sehr schade. Aber gut, hier Meister, Lucius und Brüning, weiß nicht, was die davon halten. Das ist die Angst, die ich habe, wenn das, egal ob es ein Spin-Off ist oder es verkauft wird, nicht gut, nicht gut. Das ist mein Problem. Auf der anderen Seite, jetzt gehe ich mal hier auf den Wochenchart. Ich versuche, jetzt meine Techniker raushängen zu lassen. Wir sind auch über die Woche auf einem extrem tiefen Niveau, allerdings schon seit dem 9.10. Wir kennen alle die Geschichte hier mit As und Dexian. Das hat mich auch erwischt. Und da habe ich wieder festgestellt, dass es doch sinnvoll ist, dass man die Scheine nimmt, die nicht zu weit weg liegen. Also so was, was weiß ich, ein 32er Schein, als die von 40 runtergegangen sind oder sowas. Ich hatte ein 37er, das hat auch Geld gekostet. Also die Aktie schuldet mir was, sagen Sie es mal so. So drücke ich das gerne aus. Ich habe hier einen Alarm gelegt. Der ist bei 32,50. Da komme ich gleich auf den Tageschart drauf. Ich finde es auch sinnvoll, eine Bayer zu haben. Aber wenn diese Geschichten da mit Crop Science und Human's Health irgendwie stimmen, außer dass sie die behalten, dann kann ich sagen, ja, okay, kurzfristig hoch, aber es ist gefährlich. Und ich glaube auch, dass der Wert verstopft ist. Jeder hat seine 50, 100, 500 oder 1000 Stück, sei das als Aktie, sei das als Option. Deswegen ist der Wert verstopft. Also von der Wochentechnik her fängt er an, sich zu stabilisieren. Hier auch. Aber was mir völlig missfällt, das muss ich ganz klar sagen, wenn eine Aktie so viel verliert, wenn sie gut ist, korrigiert sie, ja, dann reagiert sie korrektiv, dann geht sie hoch bis zum Band. Das Ding, das geht hier nur seitlich weg. Deswegen ist dieser Punkt von 32,5, ich habe mir hinten einen Alarm gemacht, für mich sehr wichtig mit Schlusskurs. Mit 32,5 würden wir diese ganzen Dinger hier überbieten. Ja, lieber mal 32,60 und dann hat sie die Chance zu gehen, allerdings auch nur bis zu 40. Die 40 scheint bei mir, ist bei mir ein, doch schon, ziemlich fetter, fetter Widerstand. Nochmal, ich glaube, dass jeder hier irgendwo ein paar Stück hat, weil die ist ja vermeintlich günstig und deswegen sollte man die eher haben. Ich stimme dem zu, wenn jetzt diese ganzen Geschichten nicht wären, das Glyphosat, das interessiert mich nicht mehr so sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war ja jetzt auch ein großer Energiebenutzer, jetzt war ich ja gesagt Verschwender, aber das will ich nicht sagen, ein großer Energiebenutzer. Und auch hier, genau wie BASF, wenn da die Nebenkostenabrechnung kommt, mal schauen, was da rauskommt. Deswegen ist es so wichtig, auf diese Zahlen zu achten und da haben wir halt hier den 5.3. als Jahresabschluss und den 26.4. als Hauptversammlung. Ich habe bisher noch keine Äußerung gehört zur Dividende. Also ich habe es nicht gehört. Vielleicht, manchmal verhöre ich auch was, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Also ich finde sie sehr schwierig, sie sind für mich deutlich oder interessanter eben über diesen Bereich von 32,60 und deswegen habe ich mich zu solchen Scheinen entschieden. Der eine ist ein 24,58er. Man kann das probieren, muss aber damit rechnen, dass wir die 30 nochmal beschnüffeln oder sogar noch ein bisschen drunter gehen. Der zweite ist nur für den Fall, das 29,03er, dass wir hier die 33, Entschuldigung, die 32,60 mit Schlusskurs, das ist wichtig, rausnehmen. Sollten wir das rausnehmen, hat die Aktie durchaus das Potenzial hoch bis zu 39,40. Aber dann, da habe ich es natürlich wieder zu schnell weggedrückt, aber dann habe ich auch ein Put parat, weil ich glaube nicht, dass sie über die 40 drüber gehen. Das sind 42,49er. Ich gehe die jetzt nicht short, das mache ich nicht. Aber sollten sie den Weg machen, ist das unbedingt einer für die Wortschliessen. Dann auf den K.O., auf den Strike mal schauen. 42,49. Also schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ich mag Bayer auf dem Niveau, ja, aber diese Seitwärtsverwägung, die gefällt mir als Charttechniker gar nicht. Die muss möglichst schnell überwunden werden, weil sonst sehe ich die Gefahr eines Abgleitens nochmal auf dem Bereich von 28.